Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 4.000 für das Team, das länger durchhält. Wer aufgibt, hat verloren. Wenn du das überlebst, kann dich gar nichts mehr umbringen. Schau an. Ein hübsches Pflänzchen. Pass auf, dass die nicht verwelken, so scheiße wie du aussiehst. Du kennst sie? Der Tod kennt sie alle. Ich finde, du hast voll schön getanzt. Du hast doch gar nicht richtig hingeguckt. Ich habe ein ganz komisches Gefühl in der Brust. Es ist richtig warm. Das ist dein Herz, du Frätze. Stürbst du wirklich bald? Bereits von meiner Störung. Dann ist die Frage, was machst du mit der Zeit, die noch bleibt? Der Tod geht nicht mit leeren Händen nach Hause. Und ja, wir sehen uns auch noch. Bericht aus dem Gibi. Aber ich habe ein Good-Main. Und da könnte sie sich schrauben. Und ich habe eine ganz komischerolle. Das war die Zeit, so verletz dir. Du hast die Zeit, die Antworten zu einem sehr flesseln. Und ich habe das macht uns. Es war's.